Am 15.02. Halbzeit, SV Wackerburghausen, B-Jugend, vorwiegend die 16 gegen den FC Sternmünchen. Nach den ersten 40 Minuten haben wir 0-0, Chancen auf beiden Seiten. Jetzt kommt hier auch die Sonne raus und blendet mir von hinten auf den Mühlturm. Die Innenverteidigung heute ist sogar U15. Komm! Komm! Jetzt fühle ich mich wohler. Weit weg vom gegenwärtschen Trainer. Hier, komm! Ja, du musst den da kommen! Ich guck mal hinter! So, du musst länger, komm! Nein! Grüß dich! Ja, leider nicht, ja weiter! Komm! Tschüss, wir gleich zu sehen in den 9er! Ciao, ich guck dich! Ja, finde doch! Ja, finde doch! Jetzt aus, gehen! Aus! 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 Komm, heute muss was gehen da. Komm, jetzt holen wir mal ab. Komm, jetzt auf! Nutzt er mal! So, aufpassen! Irgendwer, wo ist er denn? Geh mal, geh mal, Kim! Kim, geh zu! Gut! 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 Und? Ja. Oder ein Wurf. Gut! Okay! 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 Komm, jetzt macht er so mal! Gut! 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 Was? Geh mal in den Raum zu! Hey, Utrecht, du was machst du hier? Geh höher! Geh! 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 Ich mach nicht zu! Ach! Versteht man es halt? Geh! 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 Ja! Schnell! 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 Ach, Schitt! Ja, noch fünf Meter! Schnell! Passt gut auf! Berger! Schnell! 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 Das war's. Geh rein und lass dich umhauen. Komm! Hopp! Nein! Das gibt's doch nicht da! Das gibt's doch nicht! Man, zwei Meter vom Land an ihm schießen! Das gibt's doch nicht! Komm, Jungs, Alter! Eieieiei! So. Da muss man sich dann nicht wundern, dass wir so wenig Punkte haben. So schön! So schön! Hey, Lui! Hey! Lui! Ja! Wie reißt du jetzt nur mein Herz? Ja! Oh! Oh! Na, oh! Wer ist denn in den Wolken? Der geht nicht! Nein! Das gibt's nicht! Ja! Er ist gut! Ja! Ja! Nein! Nein! Ja! Nein! 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 Ja! Ja! Nein! Nein! Ja! 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 Abseits! Doch, doch! Mindestens ein Meter! Ich hab's doch da gesehen! Von hier, Absehens! Ja, ja! 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 Du hast die Chance jetzt wohl! Weiter hinten, Schiri! Weiter hinten! Mann, ich setz dich auf! Das ist richtig gut! Das ist gut! Der ist schon recht geklärt. Kommt der jetzt! Tobi! Zauber! Gut, Simon! Hey! Du musst nicht schreien! Du musst nicht schreien! Komm mal her! Nein, Tobi! Nein, Tobi! Ich muss nicht schreien! 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 Ach, nicht von da freust du was! Ich muss nicht schreien! Ich muss nicht schreien! Ich muss nicht schreien! Jetzt komm mal! Ja, mach's mal! Chiri! Drei, fünf Meter! Der hat zum Schwarzen gespielt! Wahnsinn! Weil da keiner schreit. Der hat zum Schwarzen gespielt! Ach so, das nicht! Geh im Druck! Komm! Geh im Druck! Geh im Druck! Geh im Druck! Weiter, weiter, komm! Ein bisschen was war noch auf der Linie. Geh im Druck! Geh im Druck! Geh im Druck! Möchtest du! Komm, Lohanna! Bitte! 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 Und Marcelo raus in den Altenbücher. Hinter! Der macht so wenig hinterher drüben. Stefan ist in Ruhe. Stefan ist in Ruhe. Simon, gell? Ja. Also Schiri, bitte! Lass der Ball durch dich rausnehmen! Weil er geweckt hat, hat Stefan. Der Simon hat einen Ball. Zwei Meter weg. Pff! Ich komme! Freunde, wir sind jetzt fertig! Achtung! Zoll! Zoll! Komm, Dennis! Komm, Dennis! Zoll! 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 Das ist alles normal! Zoll! Geh mal, geh mal, geh mal! Da war es wie ein Klayer, ich bin so stressig. Geh, Gio! Ja! Jaaay! Komm, endlich! Komm, weiter! Wahnsinn! Eine, ich räumt! So, 16. Minute 2. Halbzeit. Führung für Waka. 16. Minute. Wo ist die, du mein Ding an? In der zweiten Halbzeit. Ja eben, meine ja. 16. Außer ich hab die ganze Zeit eine Pause gehabt, ne? So, jetzt konzentrieren, Buben. Gleich noch mal eins rein. Das war einer von der U15, oder? Das war einer von der U15, oder? Schönes. Wohin! 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 Wohin, wohin! Schirri! Wohin, wohin! Nein, nein, das ist doch nicht. Das stehst du in der Karte jetzt gar nicht. Das ist über den Karte. Das ist eine Karte. Das habe ich nicht kommentiert. Das karte. Komm, komm, komm! kann. Innen! Und abhauen! Innen, innen! Oh! Innen! Good! I don´t have a whole bunch of stuff! They´re so good! You´re so good! I´re so good! I´re right as a barber! It´s a good job! Why´s it's a normal alarm and all the stuff? Yeah, I´re right! Make up the most good! In the second half! Geht her, geht her, geht her! Sieh! Komm, komm, komm! Geht rein! So ist man jetzt verlieren. Da rein! Binabahörig, binabahörig! Du nicht, weil du so an called! Erst is auch ein Foul! Kalkt, warte! Warte, warte! Jo, das soll so etwas zu machen! Ja, wir sind doch jetzt nicht steig. Ich kann nicht im Süddenflach. Oh, nein. Oh, ich kann nicht sagen, wie heute. Oma, ome, ome! Das ist Oma, Schürzen! Wo ist das, oder? Komm! Komm! Den brauchen wir! Nein, weil die Katzen... Also... Nicht zu gern. Ja, ja, meine, meine. Ja, ja, okay. Raus! 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 Waaah! 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 Vielen Dank.